Wir beide haben Geburtstag. 1965, in der Tat bin ich kurz vor 1965 geboren und ich kam auf die Welt und war sofort ein Fan der Stingrays. Das war das Schöne und ich habe, als ich ganz ganz klein war, schon zu meiner Mama gesagt, Mama, wenn die mal 50 werden, dann gehe ich hin. Und dann habe ich gedacht, was ich sagen muss ich auch halten. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier Geburtstagsgast bin. Aber wir freuen uns natürlich genauso, dass du da bist, Dirk. Ich darf Grüße ausrichten von Thomas Schönherr von der ODI-Börse, der leider nicht kommen kann, weil er ein bisschen krank ist, lässt herzliche Grüße ausrichten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 My girl says that I kiss her lips, got me thrilled through her confidence. Hey, 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 yeah, she did you. I'm so lucky. When did I come to my voice, I'm so lucky, yeah, hey, 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 hey. Well I come to my voice now, I come to my voice now, So I'm the only one day. Yeah, hey, 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 hey. I come to my voice now, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020